Wir sind bei Asun und Sara, Mutter und Tochter, freiwillige Helferinnen im Tierrettungshof Elogal. Und wie sind die Erfahrungen hier als Freiwillige? Nun, super gut, die Wahrheit ist, dass erst meine Mutter für eine Woche gekommen ist. Und als sie es mir erzählte, habe ich gesagt, ich gehe auch dorthin. Und nun gut, sie ist hier geblieben, sie wird jetzt für sechs Monate hierbleiben und ich komme einmal im Monat. Es ist eine ganz tolle Erfahrung und sehr schön, die du natürlich mit den Tieren sowie mit den Menschen teilst. In Familie zu kommen ist sehr schön, ja, mit Menschen zu kommen, die du liebst, ist sehr cool und lehrreich. Wie alles hier, was man sehen und fühlen kann, ist sehr cool auch. Und außerdem gibt es hier Arbeit für alle, sowohl für ein 20-jähriges Mädchen wie für eine ältere Frau. Also, jeder kann kommen, denn hier wird man sich super gut fühlen und es wird Arbeit für alle geben. Auch auf persönlicher Ebene ist es sehr gut. Es ist alles wie sehr lohnend, weil man jeden Tag etwas Neues und Gutes lernt. Und vor allem mit den Tieren. Man lernt sie kennen, wie sie sind. Sie sind uns sehr ähnlich, manchmal mehr als wir denken. Also ermutigen wir euch zu kommen und diese Erfahrung zu teilen, die unglaublich ist. Probiert es! Such a Untertitelung des ZDF, 2020